hallo liebe action freunde es ist mal wieder zeit für einen neuen bruce willis film wobei eigentlich ist der hierzu besprechende white elephant kein bruce willis film es ist vielmehr ein jesse v johnson film vor allem aber ist er ein michael rucker film und obendrein ist white elephant ein richtig feiner film worum geht's gabriel ist ein auftragskiller und einer der besten in seinem job doch gabriel ist alt und er möchte seinen gefährlichen job als bald an den nagel hängen entsprechend bildet er aktuell mit carlos sein nachfolger aus der junge mann ist ein wörterisches naturtalent aber so richtig warm wird gabriels wichtigster auftraggeber und freund arnold nicht mit carlos doch gabriel hat ganz andere probleme bei einem mord im auftrag von arnold wurden er und carlos beobachtet natürlich wünscht arnold die beseitigung der zeugen sie hat doch sonst seine geschäfte gefährdet blöderweise sind die beiden zeugen cops während der eine schnell ausgeschaltet ist erweist sich dessen partnerin vanessa als echtes tough cookie die veteranin aus dem afghanistan krieg weiß sich ihre haut zu erwehren und verschafft gabriel und carlos gewaltige kopfschmerzen zudem eskaliert just in dieser leicht zerfahren situation auch noch eine art bandenkrieg um arnold der als bald gabriels aufmerksamkeit und fähigkeiten vollkommen vereinnahmen wird ich habe euch den trailer zum film mal da oben verlinkt viel handlung hat white elephant nicht aufzubieten vor allem der einstieg und das erste drittel verlaufen extrem generisch hier ein verbrechen da ein paar zeugen und freilich müssen eben jene schnellstmöglich weg das klappt nicht wie gewünscht also gibt es ein paar sit ins voller drohgebärden mit dem auftraggeber und es steigt der nächste mordversuch interessant ist eigentlich nur dass jesse wie johnson die kritiken zu seinen film hell have no fury und mercenary findet ihr da oben nicht auf die gute also vanessa fokussiert sondern auf ihre beiden verfolger von denen ausgerechnet der chef also gabriel ein echter charismabrocken ist der den zuschauer schnell vereinnahmt erster in auftraggeber arnold mir nichts dir nichts in eine immer weiter ausufernde gewaltspirale gerät legt white elephant etwas an komplexität zu denn dieser bandenkrieg ist mit dem ersten filmdrittel eng verwoben hier kommt dann durchaus auch ein wenig mehr spannung auf das mag jetzt alles wieder ein wenig negativ klingen und wie das übliche das haben wir ja alles schon tausend mal gesehen gejammer anmuten und irgendwo trifft genau das auch zu aber versteht mich nicht falsch denn jesse wie johnson für mich neben william kaufmann und isaac florentine der aktuell einzige b-film regisseur der besondere aufmerksamkeit verdient hat weiß einfach wie man solche geschichten erzählt diese stories voller testosteron männerstolz und schweren waffen es gibt keine ausufernden nebenplatz viele figuren die in den ring geworfen werden verenden an einer bleivergiftung bevor man sich überhaupt fragen kann wer das sein soll white elephant ist tough und zieht seinen stiefel wirklich ultra trocken durch früh fühlte ich mich von johnson wirklich komplett verstanden und versank mehr als zuversichtlich in meinem fernsehsessel probleme hatte ich persönlich nur mit einer finalen gesinnungswandlung von gabriel die ist mit einigen überlegungen ansatzweise nachvollziehbar aber selbst der film tut sich verdammt schwer sie wirklich zu begründen wenn gabriel gebeten wird seine motive zu erklären ist das darauf nachfolgende keine wirkliche erklärung hier hätte sich im vorfeld mehr ankündigen dürfen und auch müssen doch kommen wir zur action diese ist in white elephant allgegenwärtig zu beginn in eher kurzen und eruptiven momenten in denen das blut bereits ordentlich suppen darf und jesse wie johnson klar macht dass hier keine gefangenen gemacht werden eine fette explosion wird zudem handmaid gereicht ebenso wie einschusslöcher in menschlichen körpern ein kleines highlight setzt eine ballerei mit ausschließlich automatischen waffen nach etwa 30 minuten film in der olga korilenko als vanessa diverse lumpen umnieten darf auch ein kopf wird in dieser sequenz ziemlich sterbe zur ballert nach dieser größeren sequenz schaltet jesse wie johnson wieder ein paar gänge zurück lässt wie er es zuletzt sehr gerne tat auch mal messer sprechen und sorgt für ultra gori momente etwa wenn einem typ erst in dem hals gestochen wird und er dann auch noch in einen wirkergriff gerät dabei sub das blut wirklich literweise aus seiner halswunde derartige details hat jesse wie johnson aktuell wirklich drauf wie kein zweiter und im großen showdown der in einem schön anzusehenden setting steigt das auch ordentlich zerlegt wird geht es dann richtig ab hier explodieren handgranaten rattern die maschinengewehre und werden die lumpen zu dutzenden in die ewigen jahrgründe geballert und das schön blutig da werden arme abgeschossen köpfe zerballert und körper durchsieht wobei echte platz platzen und es auch umgebungstreffer gibt wobei losgeballerte teile des sets schön durch die luft wabern dürfen so muss action aussehen interessant am rande ist oder interessant am finale ist in welcher reihenfolge jesse wie johnson die lumpen ins gras beißen lässt das habe ich so bislang noch nicht gesehen und ich habe dann doch schon so den einen oder anderen actionfilm mehr gesehen darstellerisch ist weit elephant die große show von michael rucker der kommt hier wirklich mega sympathisch rüber gibt den harten hund mit aller coolness und souveränität und spielt einfach großartig weit elephant fühlt sich in folge dessen direkt wie ein froh back in die zeiten der das ultra coolen bereisers back to back an durch den rucker im jahr 1996 toben durfte spätestens wenn gabriel von seinem auftraggeber arnold einen anderen ton im gespräch einfordert spürt man einfach was für eine coole sau dieser gabriel ist und auch in der action macht ja laut abspann ungedubelte michael rucker einen starken job da kann war dir der bess als killer rookie carlos nicht mithalten der bess wirkt leider zu klack und zu harmlos selbst in momenten in denen er bedrohlich rüberkommen soll weshalb ich mich die ganze zeit gefragt habe wie seine rolle wohl mit einem fies aufspielenden scott adkins rüber gekommen wäre olga korilenko hat mit rucker ein paar hübschen szenen wird aber ansonsten vom drehbuch immer wieder stark zurückgenommen und aus dem film herausgehalten dementsprechend kommt auch sie nie so wirklich beim zuschauer an john malkovich der nächste große name im cast spielt den anwalt von arnold und darf in diese rolle eigentlich nur über das antike griechenland labern ohne irgendwas zum film beizutragen was von belang wäre schade und bruce willis der hat seinen typischen bruce willis part abbekommen das ist eigentlich nur herum mal in einem restaurant mal in einem krankenhaus und unterhält sich mit rucker man muss ihm aber auf jeden fall zugute halten dass er extrem bemüht wirkt und sein arnold definitiv genauso rüberkommt wie es beabsichtigt ist nämlich als machtmensch mit einem kaputten moralischen campus kompass in einer szene darf er zudem mit einer für jesse wie johnson typischen zweiter weltkriegs maschinenpistole zwei lumpen ziemlich blutig kalt machen immerhin aber ob das geld für ihn und vor allen dingen auch für john malkovich anderweitig angelegt nicht schlauer investiert gewesen wäre wer weiß ja es gibt so manche kritische stimmen die immer wieder lamentieren jesse wie johnson habe keine eigene filmische handschrift nun muss man wissen dass weit elephant von dem studio freehundred and eight end produziert wurde das studio hinter bruce willis hammer wie cosmic sin oder deadlock bei denen wirklich trotz verschiedener regisseure ein film wie der andere ausschaut gerade im vergleich zu diesen streifen mehr sieht man einfach dass johnson definitiv eine eigene handschrift hat alleine via szenen wirken lässt selbst wenn in denen gar nichts großes passiert oder wie er immer bemüht ist selbst in der action mit längeren einstellungen und kamerafahrten zu arbeiten sein film wirkt nie wie einer der soeben genannten 308 endstreifen auch weil johnson um die effizient effizienz echter handarbeit weiß hier spritzt wirklich nur bei besonders schwierig umzusetzenden action szenen cgi blut es gibt keine cgi mündungsfeuer die treffereffekte und die explosion sind echt alles wirkt ehrlicher und hat dadurch viel mehr impact ebenfalls saustark ist die musik von sean murray der hübsch atmosphärische elektronische musik mit tollen vor und rock nummern mischt aufgrund der genannten inszenierungsmerkmale und der schönen musik wirkt weit elephant angenehm filmisch und nicht wie diese ansonsten aktuell auf uns einprasselnden extrem digital wirkenden schundwerke und jesse wie johnson gelingt zudem ein paar tolle einzel szenen etwa wenn er zeigt wie gabriel und carlos im normalfall ihre arbeit erledigen das ist ökonomisch montiert transportiert augenzwinkern und eine menge schwarzen humor hat ein geniales timing und macht einfach spaß und damit zu einem kleinen fazit white elephant richtet sich definitiv nicht an leute die eine durchdachte und komplexe story an hochtragenden dialogen brauchen und sich damit zufrieden geben wenn sich die antipoden mit wäsche mit wattebäuschen bewerfen white elephant ist taffes männerkino mit minimaler story die den laden aber zusammen und am laufen hält klar mehr spannung wäre nicht verkehrt gewesen und so manch plausibleres motiv für bestimmte handlungen wären auch nicht verkehrt gewesen insgesamt gelangt man aber wirklich absolut schadlos zu dem saugeilen showdown in dem jesse wie johnson mal wieder amtlich alles zu klump schießen lässt trotz der blutigen und insgesamt sehr gut über den film verteilten action ist allerdings michael rucker der eigentliche gewinner der operation white elephant der mime wuchtet sich mit werft durch die handlung weiß sogar bruce willis verbal in die schranken und gibt den killer mit moralischen anwandlungen wie zu besten hochzeiten des genres und ob schon weit elephant wie so viele filme vorher kein wirklicher bruce willis film ist gehört er mit hin zu den besten in seinem spätwerk und verdient sich so 3,5 von fünf möglichen bruce willis unterhemden wie die wohl michael rucker stehen würden eine deutsche veröffentlichung ist für den 26 januar 2023 angekündigt dolphin medien hat sich des filmes angenommen die angekündigte fsk 16 freigabe dürfte trotz einiger härten der ungekürzten fassung entsprechen diese besprechung beruht auf der code 1 dvd von dem label rlj films diese bietet den film an cut in ordentlicher bild und wuchtiger tonqualität und leider ohne irgendwelche extras damit bleibt mir nur noch euch viel spaß mit dem film zu wünschen mehr bruce willis und jesse wie johnson filme besprechen wir auf actionfreunde.de hier findet ihr auch ein interview mit dem regisseur wer mit uns über das werk weiter action dienstleister sprechen möchte der sollte www liquid-love.de forum in seinen browser hacken wir sehen uns dort oder hier bei der nächsten kritik